hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play single ls 17 aus stattenbach in oberfranken und ihr seht das da müssen wir ein bisschen unsere erntemaschinen sauber machen nein unsere aussaatmaschinen die sind ein bisschen dreckig gewesen die sind noch nicht sauber gemacht worden ich weiß nicht was meine mitarbeiter da machen aber egal müssen wir ein bisschen bevor wir das wasser für die plantage ja für die obstplantage und für die schafe durch die gegend fahren wenn wir hier mal so ein bisschen hand anlegen und die maschinen vor allem mal vernünftig weg parken also wieder mal ein bisschen aufräumen aber gehört ja auch dazu nicht dass noch jemand von dem museum vorbeikommt und die maschinen sind und so dreckig und sehen aus als wären sie schon 30 jahre in benutzung das wollen wir natürlich auch nicht na ein schiff verkrustet hier du bist sauber ne ja aber dich mal zur seite fahren ich weiß gar nicht wo gehört die saatenmaschine eigentlich hin habe ich dafür einen platz das ist aber gut ohne ohne planlos zu fahren normalerweise stand die saatenmaschine hier unten habe ich glaube was steht denn jetzt genau ach so der jule versteht im weg ich glaube dann wird das ganze ein bisschen komplizierter boah nochmal gucken dass wir die saatenmaschine rückwärts ums eck bekommen ne komm ne 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 und nochmal ne das spiel ich hier mal nie mit die kartoffel lege maschine brauchen wir dies jahr eh nicht wieder so so last Können wir die Deutsche auch gleich hier oben stehen lassen, den brauchen wir eh nicht mehr. Also heute zumindest nicht mehr. Kommen wir da zufällig? Na ja, da muss ich vielleicht nochmal umparken, später mal irgendwann mal, wir haben ja nicht allzu viel Team. Wir wollen ja jetzt auch hier nicht zu viel Zeit mit dieser ganzen Umbudel-Geschichte und Aufräumenaktion hier verschwenden. So. Müssen wir den noch ein bisschen näher fahren oder reicht der Schlauch? Ah, ne. Ein bisschen ums Eck. Lass ich jetzt auch mal laufen. Okay. Also beim Mais legen haben wir deutlich mehr Schmutz verursacht als vorher beim Getreide. Oder war Sojabohn das letzte, was wir damit gesehen haben? Ich bin mir grad gar nicht sicher. Ich merke nur, ich sitze viel zu weit drüben. So. So. Besser. Wir wollen ja auch nicht allzu weit weg sitzen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, stimmt, ich wollte noch auf eine Sache eingehen. Ich habe ja vorgestern in dem Video gefragt gehabt bezüglich der Facecam und dem Regal, beziehungsweise dem Greenscreen. Ich bin eurer Meinung. Also A, gefällt mir das mit dem Regal deutlich besser. B, man sieht es da hinten, man kann deutlich schönere Sachen reinstellen. Einfach mal auch vielleicht mal in die Zukunft gedacht, um euch irgendwas zu zeigen. Ne, also jetzt nicht irgendwie hier von wegen, ich habe mir eine vergoldete Rolex gekauft, die steht da hinten im Regal. Quatsch. Sowas meine ich nicht. Aber wenn man zum Beispiel mal irgendwie irgendwo ist und man findet irgendwas, dann kann man das da gerne mal reinstellen. Oder man bekommt vielleicht mal irgendwas geschenkt. Man weiß es nicht. Alles im Bereich des Möglichen. Außerdem ist man, was das angeht, viel flexibler. Also ich werde den Greenscreen zu 95% abbestellen. Werde das wahrscheinlich, vielleicht habe ich es sogar schon getan, wenn das Video rauskommt, aber man weiß es nicht. Also alles möglich. Zumal ich auch immer noch keine Antwort gekriegt habe. Soll ab 16. wieder verfügbar sein. Nach meiner Rechnung ist heute der 19. Das ist schon drei Tage wieder her. Von daher. Also mit der Firma bin ich durch. Da ist das Thema GameStop ist erledigt. Tut mir leid. Also mag sein, dass es vielleicht gute Sachen da gibt. Ja. Ich war selber schon in den Fialen, aber ne. Nach dieser Aktion. Also der Online-Shop ist auf jeden Fall durch. Das Thema ist erledigt. So. Wollen wir uns mal hier unser Fortschritt schnappen. Ähm. Das Güllefass. Das Güllefass. Das Güllefass. Das Wasserfass. Gibt es natürlich bei Verbindenmods. Ich weiß gar nicht, ob das auch auf dem Mod-Hub drauf ist. Ne. Es gibt es bei Verbindenmods. In zweifacher Ausführung. Also. Kann das ja mal ganz kurz. Für den, der es interessiert. Wer nicht, der wartet einen kleinen Moment. Gibt das nämlich einmal hier als Güllefass. Ne. HTS. 127. Und. Als. Wasser. Da. Als Wasserfass. Also wer es haben möchte. Fortschritt. HTS. 100. 27. Dann könnt ihr das bekommen. Ist noch gar nicht so lange her. Lass es eine Woche ja sein. Ich weiß gar nicht. Auf dem Mod-Hub. Ne. Ne. Auf dem Mod-Hub ist es. Oder? Schaut einfach mal nach. Zur Not im Internet. Ne. Wenn ihr über Verbindenmods geht. Da wird. Da zeigt er euch ja quasi auch an. Wenn das vom Mod-Hub ist. Haben sie ja den Download-Link vom Mod-Hub. Von daher könnt ihr das dann sehen. Und wenn es über Mod-Hub ist. Dann ladet es direkt in-game runter. Also ich mache das auch. Ich lade jetzt nicht unbedingt einen Mod bei Verbindenmods runter. Der auf Mod-Hub ist. Sondern geht dann einfach in-game über den Mod-Hub. Und ja. Ihr müsst euch bei Verbindenmods anmelden. Um was down zu loaden. Aber die Anmeldung ist kostenlos. Ihr kriegt keine Werbung. Ihr werdet da nicht zugespampt. Und es tut nicht weh. Zur Not müsst ihr halt. Wenn ihr selber euch nicht anmelden dürft. Dann müsst ihr eure Eltern fragen. Gleiches gilt für die Alice Mod Company. Ne. Also ihr kriegt da keine Werbung von denen. Irgendwie zugeschickt. Von wegen. Hey. Du warst schon lange nicht mehr da. Oder schreib mal ins Forum. Oder 2 mal 5 Euro. Also wenn ihr solche Nachrichten kriegt. Sagt in den Foren Bescheid. Weil. Das ist dann nicht von denen. So. Höh. Falsch das denn. Ich weiß auf jeden Fall. Dass der D80. Meiner Meinung nach. Der. Beste von den 3. Deutz aus dem Museum ist. Und wir werden gleich mal die Schaufel ausprobieren. Weil er hat ja die. Die tolle. Ich weiß gar nicht. War das mit V? Ob. Vielleicht auch mal auswählen. Ja. Der hat ja die tolle Klinkenschaltung. Und jetzt weiß ich ja wie es funktioniert. Bevor da wieder einer ankommt mit. Ne. Weiß ich nicht mehr wie das geht. Muss ich das drücken. Ja. Ich weiß. Beim IAC war das ein bisschen. Komisch. Äh. Kann das sein? Dann. Also jetzt nur mal so. Hat der Deutz ein bisschen Hinterradprobleme mit dem. Wassertal. Ja gut. Ist ja auch nur 10.000 Liter ne. Also ich mein. Der soll sich mal nicht so anstellen. Kann ich noch einen Fortschritt besorgen müssen. Ne. Nein nein. Bevor ihr jetzt reinschreibt. Fortschritt. Nein. Ihr wisst meine Aussage dazu. Es wird in dem Projekt hier keine. Nicht große. Ne. Nicht große ist falsch. Äh. Nicht viel Ostprodukte geben. Ja. Das ist ein Fortschritt. Ja. Möglicherweise wird es noch die ein oder andere Fortschrittmaschine geben. Ja. Aber es wird jetzt nicht einen Traktor geben. Und es wird auch kein Ostalgie Projekt. Für ein Ostalgie Projekt wäre es A. Die falsche Karte. Und. B. Ne. Ich weiß nicht. Also auf Ostalgie habe ich irgendwie so nicht wirklich Lust. Ja. Ich würde sagen wir machen hier schön Stattenbach schön weiter. So wie es bis jetzt läuft. Ich würde auch jetzt nicht unbedingt beigehen und das ganze Projekt hier ändern wollen. Also vorher jetzt auf die Idee kommt, dass hier irgendwann mal größere Maschinen kommen. Nö. Allerhöchstens sowas wie wie Deutz. Ne. Also Deutz oder der große John Deere. So welche Fahrzeuge natürlich. Immer mal wieder. Also. Ne. Wenn. Wer weiß. Vielleicht fragt er nach dem Deutz Museum noch ein anderes Museum an. Man weiß es ja nicht. Kann ja alles möglich sein. Und den Miststreuer werden wir uns übrigens vom Händler abholen. Ne. Das habe ich geklärt. Den habe ich abgekauft. Ne. Von wegen. Ich soll dir ein Angebot machen. Red mal mit dem Herrn Meier. Wenn du das Ding schon verschenkst. Dann. Ne. Da gibt es kein Angebot für. Da zahle ich dem Meier. Zahle ich ein bisschen was. Ja. So. Wir wollen nochmal eben bei den Flugschafen ausmisten. Und. Ähm. Eine Frage in den Kommentaren. Ob ich mit Lenkrad spiele. Wenn ich hier rumfuchtel. Da. Sollte das eigentlich erkennbar sein. Und ja. Ich beantworte die Frage gerne natürlich. Ich spiele mit Lenkrad. Logitech G29 Lenkrad. Logitech G29 Lenkrad. Und ein Logitech Extreme 3D Pro Joystick. So. Mal gucken. Dass das Ganze hier funktioniert. Mit dem. Sauber machen. Mit dem. Oh ja. Oh läuft. Läuft sehr gut. Das läuft erschreckend gut. Oh. Vorsicht Wilhelmine. Ja. Nimm mal den Huf weg da. Wilhelmine. Also ich. Normalerweise würde ich ihr jetzt einen Klaps auf dem Hintern geben. Wilhelmine ist da so ein bisschen eigensinnig. Aber. Wenn ich ihr jetzt hier einen Klaps gebe. Dann weiß ich, dass sie da hinten landet. Und das wollen wir nicht. Und nein. Ich zeig euch das auch nicht. Wilhelmine. Ja. Du bist gemein. Genau. Nur mal kurz. So ein Stück. Ja. Jo. Kann man mal machen. So. Äh. 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 Nu wird's interessant. Also. Wir fahren damit rüber. Über den Trog. Ungefähr so. Und dann klicken wir das Ganze aus. Wow. Hehehehe. Okay. Und nein. Nein. Ich werde nicht einen Frontanbau an den IHC anbringen, um das Ganze mit ihm zu machen. Frontladeanbau bleibt weiterhin am MB Truck und an dem Torpedo. So. 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 Aber wir haben da vorne, da ist doch noch so ein... Das ist hier vorne nicht... Ich weiß, die Kameraführung ist gerade die schlechteste ever. Ähm. Ja, gebe ich zu. Aber nützt ja nix, da müssen wir jetzt gerade mal durch, weil hier im Stall ist es doch ein bisschen... Meiner Meinung nach ein bisschen... Bisschen enger. Ja, jetzt hast du dich... Hast du... Hast du... Hast du gut gemacht, Traktor. Hast du sehr gut gemacht. Ja, nun komm. Erst dich festfahren und dann noch nicht wieder wegkommen. Ja, wie gesagt, der... Der D80 hat halt kein Allrad, ne? Ja los, Else. So. Nu geidert weiter. Ja. Ah. 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 So. Hier ist übrigens das sogenannte Wolllager, was ich sagte. Ich habe da mal was reingeschmissen. Und vielleicht ist mir dabei aufgefallen, dass ich das Lager ein Stückchen zu weit nach hinten gesetzt habe. Das ist, ähm, blöd. Aber gut, sei es drum. Ihr könnt nämlich jetzt, wenn ihr jetzt hier hingeht, dann könnt ihr R drücken. Also, das ist dieses Platzierbare, bevor ihr jetzt fragt, wo das Wolllager her ist. Äh, wo ist es? Da. Na, das ist das von der LS Mod Company, was ich gesagt hatte. Zusammen mit dem Ballenlager, das da, genau. Und das könnt ihr dann platzieren. Dann geht ihr hier ran und hier könnt ihr sehen. Zack, Wollpaletten. Eine Palette ist drin. 2000 Liter sind drauf, also eine volle Palette. 110 Paletten passen insgesamt rein. Und man kann sechs Stück zur Aufladung rausstellen. Können wir, glaube ich, hier einfach sagen, genau, eine. Und dann okay, dann würde er sie rausstellen. Wollen wir natürlich nicht. Wir lassen sie drin. Und er packt die ab. Also, er packt hier die Losen. Diese dort rein. Und die Körbel packt er hier drüben hin. Und füllt das dann wieder auf, wenn ihr es rausholt. Somit ist es wie bei den Ballen. Ihr habt keine Objekte mehr auf der Map dann, ne? Also, sie sind dann quasi weggelagert. Sie zählen nicht als eigenständiges Objekt. Sie ziehen dementsprechend auch nicht so an der Performance. Was für leistungsschwächere Rechner. Ne, der eine oder andere von euch hat ja noch einen etwas leistungsschwächeren Rechner. Was dann natürlich deutlich für Performance-Sicherheit sorgt. Oder für Performance-Stabilität. Das gleiche könnt ihr dann natürlich, ich habe das Tablet von Emma, äh, von Emily jetzt nicht dabei. Aber über das Tablet könnt ihr dann auch, da gibt es eine App für. Auch bei der LS Mod Company. Und auch auf dem Mod Hub. Und darüber könnt ihr die, auch genau das, was ich da jetzt gerade gemacht habe, die Menge an Paletten, die drin sind. Oder die Menge an Ballen, die könnt ihr darüber sehen. Von daher, einfach mal nachschauen. So, ich werde jetzt aber trotzdem den Anhänger noch einmal voll machen. Und dann höchstwahrscheinlich für mich selber die Apfelbäume versorgen. Weil, das Thema hatten wir schon. Das hat sich wieder alles länger hingezogen. Das ist wieder so ein Hashtag typisch Tobi-Ding. Aber gut, sei es drum. Passt schon. Liebe Lüt, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und sage, bis zum nächsten Mal.